Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger am Livestream. Wenn wir heute darüber reden, wie wir die weibliche Perspektive in der Lausitz stärken, dann möchte ich mit einer persönlichen Note beginnen. Meine Mutter, geboren 1939, war von 1994 bis 1999 Schulleiterin der Perser-Lotzi-Grundschule in Großregen. Ein Kollege, ein Mann war es, der sie ermutigte, sich für diese Stelle der Schulleitung zu bewerben. Sie selbst zweifelte, ob sie diese Stelle wirklich übernehmen sollte, ob sie es schaffen würde. Sie hatte selbst Zweifel. Der Kollege jedoch sagte, du schaffst das, du kannst das. Und sie bewarb sich mit Erfolg. Von da an war sie bis zu ihrer Rente 1999 die erste Schulleiterin an dieser Schule. Warum erzähle ich Ihnen das? Es ist ein schönes Beispiel, wie eine Frau eine Leitungsposition übernommen hat, übernehmen konnte. Aber der Anschluss dazu kam von einem Mann. Und genau das müssen und wollen wir überwinden. Selbstbewusstsein soll selbstverständlich sein. Das war vor fast 30 Jahren, als die Lausitz anfing, unattraktiv für Frauen zu werden. In der Zeit davor war es ganz normal, dass auch Frauen Leitungspositionen übernehmen. Sie wurden einfach gebraucht. Bleiben wir bei meiner Familie. Meine Schwester hat zum Beispiel 1986 das Studium einer Diplomingenieurin für Bauwesen sowie Technologie und Spezialbau abgeschlossen. Drei Kinder großgezogen und arbeitet heute wieder in diesem Beruf. Studenten von heute wundern sich teilweise darüber, wieso so etwas eine Frau machen kann. Ich fasse zusammen. Zwei Frauen, zwei Biografien, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Aber mit positivem Ausgang. Sehr geehrte Damen und Herren. Allerdings gab es auch in der Lausitz eine Zeit, in der Familien froh waren, dass sie wenigstens einen Verdiener hatten. Und das war wegen der Kinder zumeist der Mann. Das wollen wir nicht vergessen. Junge Frauen dagegen waren mobil und verließen die Region. Die Bedeutung der Frauen für eine Region wurde schon in der Enquete-Kommission 6.1 bei einem Besuch einer spanischen Universität in Madrid vorgezeigt. Ohne Frauen gibt es auch keine Perspektive für Männer. Und dem kann ich nur zustimmen. Und noch ein Beispiel aus meinem Wahlkreis. Frauen, wie sich Frauen behaupten können. Zum Beispiel die Treppkauer Unternehmerinnen. Dies ist ein selbstorganisierter Zusammenschluss von Frauen, welche ein eigenes Unternehmen leiten. Da geht es um eine Tischlerei, ein Nagelstudio, ein Hörgerätegeschäft oder eine Näherei und anderes. Sie organisieren Veranstaltungen und bringen sich in die kommunale Politik ein. Prädikat vorbildlich. Das haben die Frauen einfach so gemacht. Aber über Unterstützung sind sie natürlich nicht böse. Wir müssen einfach den Rahmen setzen und solche Entwicklungen ermöglichen. Dann gelingen sie auch in der Lausitz. Sehr geehrte Damen und Herren, auf die Frage Gehen oder Bleiben, welches das Motto der diesjährigen Brandenburgischen Frauenwochen war, darf es in der Zukunft nur eine Antwort geben. Bleiben! Denn die Lausitz ist eine lebenswerte Region. Wir wollen sie noch attraktiver für Frauen machen. Und das spürt man auch täglich. Betriebe und Verwaltungen machen zunehmend keine Unterschiede mehr, ob der Bewerber eine Frau oder ein Mann ist. Sie brauchen einfach diese Fachkraft. Und so ist es auch kein Wunder, dass eine der Städte, in denen Frauen im Durchschnitt mehr verdienen als Männer, in der Lausitz liegt. Es ist Cottbus. Die andere Stadt ist übrigens Frankfurt-Oder. Ein Grund liegt sicher darin, dass beide Städte Hochschulstädte sind. Das, was allerdings in der Lausitz fehlt, sind gut ausgebildete Ingenieurinnen. Damit diese wieder mehr werden und damit auch weiterhin gute Jobmöglichkeiten für Frauen entstehen, gibt es jetzt an der BTU Cottbus-Senftenberg MINT-Beauftragte, die bei Kindern und Jugendlichen das Interesse für Technik und Ingenieurwesen wecken sollen. Davon brauchen wir mehr. Dies trifft natürlich auch gerade für junge Frauen zu. Und gleichzeitig soll auch dieser Antrag dazu beitragen, dass die Lausitz für Frauen gleichermaßen lebenswert wie für Männer ist. Gleichwertige Lebensverhältnisse unabhängig vom Geschlecht. Bei unserer Anhörung zum Thema Frauen im Strukturwandel im Lausitz-Ausschuss hat Frau Rudolph, die stellvertretende Vorsitzende der Jugendauszubildenden vertreten, der LEAG, eine bemerkenswerte Aussage getroffen. Sie sagte nämlich, Kohle ist auch etwas für Frauen. Diese Doppeldeutigkeit ist heute gültiger denn je. Und beim gestrigen Dialog P in Burg habe ich jeden Schüler und jede Schülerin der 10. Klasse gefragt, was sie danach werden möchte. Jeder hatte einen Ausbildungsvertrag in der Tasche oder nutzte die Möglichkeit zum Abitur. Und ein Mädchen wollte nach dem Abitur zur Technischen Universität Dresden gehen und Agrarsystemtechniker studieren. Und keiner hat sich mehr gewundert. So muss es sein. Das Mädchen verdient meinen Respekt. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.